Herr Günther, erst einmal herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wann sind Sie das erste Mal auf Roger Federer aufmerksam geworden? Ich war in Wimbledon und er hat bei den Junioren mitgemacht, auf einem Außenplatz. Und ich bin da zufälligerweise vorbeigekommen und er wirkte sehr cool. Er wirkte sehr ähnlich wie Pete Sampras und spielte das wirklich von oben weg. Und da dachte ich mir, da kommt was. Sicher braucht es eine gewisse Arroganz auf dem Feld auch. Und das ist genau das, was er ausgestrahlt hat in 17, 18 bereits. Eine gewisse Größe, die man irgendwo auch als eine gewisse Überheblichkeit anschauen kann. Aber das soll überhaupt nicht negativ sein, denn ohne das geht es nicht. Was hatte Federer, was die anderen nicht hatten? Wie er die wichtigen Punkte spielt. Er versuchte sich zu gewinnen, nicht zu verlieren und das ist ein großer Unterschied. Welche Rolle spielt Glück im Tennissport? Ja, ohne Glück am Ende gewinnt man wahrscheinlich nicht so viele Titel, wie Roger Federer sie gewonnen hat. Nur, man muss soweit kommen, dass ein wenig Glück am Schluss genügt, um einen über die Ziellinie zu bringen. Also zufällig passiert am Ende dann doch nichts. Letztes Jahr erreichte Roger Federer einen Grand Slam Halbfinale. Trotzdem sprach man in der Öffentlichkeit von einer misslungenen Saison. Sind die Schweizer Fans zu verwöhnt? Wir sind äußerst verwöhnt von ihm, aber ich glaube auch, dass sein Anspruch an sich auch sehr hoch ist, über die er sich noch gewachsen ist. Haben Sie auch an Roger Federer gezweifelt? Wir behalten es auch für uns. Ja, es ist eben die Frage, Zweifel woran. Dass er sehr gut Tennis spielen kann, ganz sicher nicht. Dass er wieder besser spielen wird, ganz sicher nicht. Ob er nochmal ein Grand Slam Turnier gewinnt, da hat man immer Zweifel. Weil jedes Turnier von der Größenordnung ist schwierig zu gewinnen. Da gibt es sicher keine Garantie, auch wenn er sein bestes Tennis spielt. Aber hat er die Möglichkeit, es zu tun? Auf jeden Fall. Stan Wawrinkas Triumph am Australian Open war bisher die Sensation des Jahres. Wie überrascht oder eben nicht überrascht waren Sie von diesem Triumph? Ja, ich glaubte bereits vor dem Turnier, dass er die Möglichkeit hat, es zu gewinnen, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen. Und es sind verschiedene Dinge zusammengekommen. Ein wenig Glück ist eben auch mit dabei. Zwei Gegner konnten nicht antreten. Es war 40 Grad im Schatten, er musste nie in der Hitze spielen. Im Finale, das hat jeder gesehen, nach einem Satz war Nadal angeschlagen. Nur wenn ich so gut bin, mich in diese Situation erst bringen zu können, weil er musste auch ein paar sehr schwierige Matche gewinnen, unter anderem gegen Novak Djokovic, hilft mir am Schluss ein wenig Glück vielleicht über die Ziellinie. Was kann Wawrinka noch von Federer lernen? Ja, wahrscheinlich jede Menge. Jeder kann von Federer lernen, wenn es ums Tennis geht. Nur ob man sich diese Eigenschaften aneignen kann, das ist ein ganz anderes Thema. Von welchen Eigenschaften sprechen wir? Ja, seinen Umgang mit Erfolg beispielsweise, dass er es irgendwie hingekriegt hat, auf der einen Seite sehr fokussiert zu sein, auf der anderen Seite abschalten zu können zwischen den Partien. Denn sonst wäre es eigentlich nicht denkbar, dass er über so viele Jahre so gut Tennis spielen kann. Wenn Sie den perfekten Tennisspieler basteln könnten, wie viel von welchem Tennisspieler würde drinstecken? Ja, ziemlich viel Federer auf jeden Fall. Eine ganze Menge Nadal würde auch noch dazu gehören. Und dann, was die Beweglichkeit betrifft, noch ein wenig Novak Djokovic. Man könnte vielleicht noch einen Aufschlag hinzumischen von Karlovic, der allerdings 2,10 Meter gross ist. Das gilt fast schon gar nicht mehr. Und der Mann wäre höchstwahrscheinlich unschlagbar. Und wie viel von Ihnen wäre drin? Ja, Spurenelemente. Die schönste Frisur im Tennis-Zirkus gehört? Fernando Verdasco. Wenn mir Rafael Nadal den Job als Trainer anbieten würde, würde ich? Ihn öfter ans Netz schicken. Wenn Roger Federer nicht Tennisspieler geworden wäre, wäre er heute? Vielleicht Fussballer. Am besten kann man Federer zum Lachen bringen, wenn man? Ja, das ist schwierig. Kann ich da einen Joker nehmen? Zumindest Platzangst oder Höhenangst oder irgendetwas. Das wird sich zeigen. Ich weiss es nicht. Vielen Dank, Herr Günther. Dankeschön. Dankeschön.